hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren und vorerst glaube ich letzten Tekken Runmatch Video. Ja wir haben ziemlich viel in die Presse bekommen und wir sind anscheinend bisher noch unerfahren beziehungsweise ungeduldig um gegen gewisse Leute anzukommen. Unsere Offensive, ja die ist gut. Defensive, ja mal schlecht mal nicht. Ja ansonsten ein King Destroyer. Ja mal gucken wie wir es jetzt machen entweder bleiben wir hier in diesem oder nicht. Dann wollen wir mal. Knie, einfach knie. Einfach knie man. Einfach knie. Leute, Leute, Leute. Das ist kein High. Einfach knie. Ah. Und so Punch Griff. Tekktier. Fight. Ja. 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 ja dann ist mir egal Gottes Willen Leute Sorry, dass ihr euch mal reinsehen müsst Wisst ihr was, Leute? Ich nehm diese Punkte, ist mir scheißegal Wow Also, ne Tschüss Ne Also, sowas mach ich nicht mit Sonst sind wir uns beim nächsten Fight So, meine Damen und Herren Hoffentlich mal ein aktiver Spieler, der dabei ist Ein Eddie Wir hatten nicht so viele Addys Wir hatten nur einen Eddie und er hat uns dann stehen gelassen Dann wollen wir mal Abkommen little Ball Bis zum nächsten Mal. Oh, Chess! Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Ja, ich kicke jetzt noch frietige Gegner, aber wenn ich welche von meinem Rang bekomme oder höher, ja, dann wird es schon anders. Tschüss! Ja, ich kicke jetzt noch. 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 Ja! Ja, ich kicke jetzt noch. Ja, ich kicke jetzt noch. Ich kicke jetzt noch. Ich kicke jetzt noch. Ja, 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 ich kicke jetzt noch. nicht spielt. Ist mir scheißegal. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Was für eine Verzögerung hier ist. Wegen so einer Scheiße verliere ich. Ja, super. Ja, super. Na, endlich. Ja, super. Ja, super. Das ist, das ist mir zu viel. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Okay. Ja. Zimpel. Ja. I So, das war jetzt mal eine gute Verbindung Er merkt Er merkt was Keine Ahnung Das war das Tschüss What the Ah, ich bin in der Stelle und kann ich das machen Obwohl, doch, ich hätte abdechen können, aber der hätte mich bekommen Da hat er mal Glück gehabt Da hat er mal Glück gehabt So Tja Beständig Einfach beständig Ja, der hat mir jetzt Punkte gegeben, okay, gut Dann wollen wir mal weiter, ne Oh, meine Damen und Herren Der Müll ist da Und wir müssen ihn Ach, die Scheiße Fight 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 Die Scheiße Ich bin in der Kante Und wir müssen die Scheiße Ach, okay, gut Und ich nehme den Und ich nehme den Okay, das ist doch nicht fun, ey. Round 4. Fight! Ja, dumme Scheiße. Das kann nicht angehen, dass die Alter mich besiegt, ey. Die kriege ich, die kriege ich. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Ja, weg, weg. Das war dumm, das ist verschenkt. Er hat noch Heat. Oh, shit. Mein Gott, diese verdammte Blechkiste. Komm schon. Was sollen diese dummen... Okay, das ist jetzt warten, das ist jetzt warten. Okay. Weißt du was? Round 3. Fight. Das war's für heute. Fick dich Fick dich scheiß Charakter Wirklich Fick dich scheiß Charakter Ey ich kann das nicht Ich kann die Leute nicht aufmachen Wenn die Leute nur vor mir abhauen Die ganze Zeit Ich hasse sowas Und dann noch der scheiß Charakter Meine Fresse Okay Dann sehen wir uns beim nächsten Fakt Okay Unser nächster Gegner Gabuljin Tenryu Werde uns wahrscheinlich kaputt machen Dann wollen wir mal Alle gehen sie zurück Und dann gehen sie ab So die Hälfte ist weg Danke Ich hab keine Ahnung Was das jetzt war Ja Natürlich! Alles bitte. Er ist nur am Messen. Der ist doch fast nur am Messen. I don't get it. Er ist am Docken. Aber ich sehe es nicht. Ich habe doch gesagt, ich werde verlieren, weil ich bin zu blöd, Leute aufzumachen. Ich bin zu blöd, Leute aufzumachen. Ich habe die Jettel. Ich habe die Jettel. Ich habe keine Chance, wanzukommen. Sorry, ich bin... Das ist mir einfach so hoch. Ja, ich kann ihn nichts mehr machen. Ich kann machen, was ich will. So, greifen, das war jetzt mal Glückfall. Was war das jetzt? Was war das jetzt? Fight! Ich bin... Ich bin... Ich bin... Das war's für heute. Hat gewonnen, er hat gewonnen, weißt du was? Leck mich fett Leck mich fett Ich hätte das gewinnen können Ja, machen wir noch ein Fight Und dann wär's das Gott ist das Ich bin so Ey, nee, das ist nix mehr von mir Das ist nix mehr So, dann kommen wir vorerst zum letzten Fight Und das musste natürlich Ja Rund 1 Fight Okay Okay Der macht nix besonderes, der macht nur Standardkampf Was zur Hölle Fight I don't get it Man, man, man Fight Ich muss mich schneller bewegen Bin besser Gut, zumindest das Zumindest das Zumindest wird mir das gegeben Die Ich bin besser Ich bin besser Ich bin besser Tchaik Ich bin besser Weil ich Ja, hier Ich bin besser Wieck Ich bin besser Ja, hier Entfernung Was ich Was ich Du antagest ! Verz problem Ich bin besser Ich bin besser Denkt Das war's für heute. Das war's für heute. I don't get it. Okay. Was ist jetzt los? Hey! Danke! Danke, Fraindrop! What the fuck is going on? What the fuck? Ja, wow, hast gewonnen. Toll. Fuuuuck, ey! Round one. Fight! T4. Yay! Weil taadla Pirate! T4. Do a chance! Y tailooo! T4. layering! Ja! neten sick! Hey ya! Sel script! Weißt du was? Weißt du was? Leck mich! Leck mich, ey! Warum? Ich hab das bei ihm! Was zur Hölle ist jetzt los? Mann! Gott! Kanz! Gott! Kanz! 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 Kanz!